Och Menno, ich wollte einmal nur ein bisschen etwas testen, ein paar Bugs oder so suchen und ich bin total wieder kaputt. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen, ja lustige Dinge Video, mit diesem Rollenspiel. Wir haben hier gerade die Füße einer großen Ziege. Mehr sehe ich nicht, aber ich bin total durchgeglitscht. Wieso? Das seht ihr jetzt. Ich möchte nur hier hochkommen, wenn ich kann. Aber schaut euch einfach mal die Kamera an, die ist schon total verpackt. Ich kann nicht mehr. Also ich musste sehr lange natürlich grösser machen, das waren so 20 Schritte oder so. Genau. Leider jetzt nicht so schön, aber es backt total. Das möchte ich heute ein bisschen ausatmen lassen. Ich möchte ein bisschen versuchen, durch die Welt wieder zu glitschen. Ich habe 20.000 Orte in einer Sekunde erreicht. Also kein Problem zum Zuschauen. Also ja, auch kein Problem hier hochzukommen. Moment, ich möchte das auf Video haben, was ich vorher auf Video gehabt habe. Aber ich komme nicht mehr hoch. Die Ziege ist einfach zu gross. Hallo Godzilla. Nein, Godzilla. Godzilla. Boah. Bitte. Rein. Genau. Jetzt passiert es wieder. Oh krass. Never ending story. Ich mache gar nichts. Gar nichts. Aber der Ziege geht es nicht gut. Jetzt packt sie noch im Bauernhof drinnen. Aha. Jetzt hat sie sich beruhigt. Okay. Machen wir nochmal. Komm. Alle gute Dinge sind drei. Und. Hui. 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 Wenn man hier hoch. Oh. Oh. Kann weit hüpfen. Ja, dann mache ich halt komische Drehungen. Oh. Oh. Der Kopf voll ins Gebäude. Aua. Genau. Ich fliege ein bisschen. Ich fliege gerne. Ich strebe ich gerne. Ich sehe aber nicht viel. Boah. Das müsste ja ein mega Air Beben sein. Auslösen. Ich muss mal wieder. Muss mal wieder ein bisschen verpacken. Nee, nicht so. Komm schon. Ja, ja. Ja, genau. Wieder rein. Oh. Hm. Äh. Stecker fest. Help me. Ich muss hier. Ich muss wieder in den Satelliten. Satellitenschüssel rein. Wo ist jetzt die Satellitenschüssel? Hä? Da drüben. Gut. Die ist besser erreichbar. Ich habe irgendwelche Probleme mit, ja, dem, ähm, Erkennung von diesen Sachen, oder? Was passiert eigentlich mit mir? Hallo. Stecke ich mich fest? Ich glaube, ich stecke fest. Ja, genau. Steck noch mehr fest. Ja. Ich strebe mich aber noch viel mehr. Oh, jetzt habe ich den Kopf. Oh. Nein, da ist der Kopf. Hä? Hä? Wo ist der Kopf? Doch da ist der Kopf. Wegen der Zunge dort. Und wegen dem Ohr. Ja. Äh. Was könnten wir noch machen? Ja, genau. Wir sind ja durch die Luft. Okay. Jetzt bin ich wieder klein. Das Spiel ist ein Spielverderber. Blödes Spiel. Steck installiert direkt. Nein, ich habe eigentlich geplant auch wieder ein bisschen ein bisschen zu Let's Playen. Ein bisschen zu Let's Rollerplayen. Mit so vielen Bugs kann man gar nicht mehr so viele Rollen spielen. Mir geht es einfach nie gut. Also, komm, wir werden wieder mal zu einem Ei. Das macht am meisten Spass. Nein. Es ist nur komisch anzusehen. Komm schon. Pack dich rein. Komm. Is. Ja. Ich bin das beste Ei, du das schlechteste. Ja. Sehr schön. Wieso pack dich sofort fest und geht kaputt? Blödes Ei. Äh. Komm. Nicht? Hm. Manchmal ist es auch ein bisschen verpackt. Was ist in diesem Spiel eigentlich verpackt? Ich denke, alles ist verpackt. Das ganze Game ist ein paar. So. Jetzt aber weniger kaputt machen, ne? Also. Bitte verkauft mich. Bitte. Hallo. Verkauft mich. Ach komm schon. Oh. Bisschen Spaßverderber. Hey. Nicht am Handy spielen. Verkauf mich jetzt. Ich bin das lege Ei. Nummer eins. Hm. Kann ich das einsammeln? Hä? Ich kann die Goats... Wieso kann ich die Statue jetzt nicht aufsammeln? Hm. Muss ich mir merken, dass das eine ist. So. Ähm. Ich weiss gar nicht. Kann man das Spiel einfach zurücksetzen? Also kann man irgendwie den Speicher löschen? Wo ist überhaupt der Speicher? Irgendwo in den Box drin? Ähm. Genau. Da mit diesem Spielplatz, was wir im letzten Part gemacht haben. Aber es nicht ging. Okay. Nein. So. Komme ich noch vorwärts? Geht das? Dankeschön. Hui. Hoppla. Wo ist der Spielplatz? Ich möchte gerne einen Spielplatz haben. Hier ist der Spielplatz. Und rollen. Äh. Nicht drüberrollen, sondern... Ja. Mit dem Ei kann man... Kann man es auch vergessen. Hahaha. Wir sind zu klein. Wir können gar nicht anstoßen. Ach. Schade. Ja. Gehen wir doch mit dem Ei einfach ein bisschen ins Bade. Zu der Bade. Äh. Sagen wir einfach... Ja. Zum Schwimmbad natürlich. Ei, ei, ei. Wir Schweizer. Wir sagen einfach Bade natürlich in der Schweiz. Und in Deutschland sagt man einfach nicht Bade. Wieso sagt man nicht Bade? Ist es nicht für den Körper, den Bade? Hm. Trampolin springen mit Mai wäre auch cool. Aber wahrscheinlich einfach nicht so interessant, wie es cool sein würde. Äh. Ja, dieses Teil hier. Diese Hüpfburg. Genau. Äh. Ja, mit dem Ei irgendwo hinzukommen, ist sehr schwer. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Hoppla. Genau. Dann können wir hier rüber. Nein. Doch. Ja, wir können durch. Wir können ja durch. Also direkt ins Wasser. Hui. Und? Dein Ernst, liebe Entwickler. Wenn ein Ei ins Wasser gerät, dann wird es gekocht und nicht kaputt gemacht. Ich mag die Entwickler nicht. Die machen alles nur kaputt. Ich muss echt mal die Entwickler fragen, ob sie ein Go Simulator 5 machen. Ich sehe ihn mal ungerade. Hui. Hui. Dein Ernst. Hui. Und hopp. Und hui. Hm. Spassverderber. Hey, was ist das mit dir los? Hahaha. Was ist mit dir passiert? Schon heftig gewesen? Also du musst rein in die Rutsche. Ich komm mit. Ja, ich rutsche nicht mal richtig. Hey, was ist mit dir? Ja, ich mache eine Abkürzung. Und? Hui. Ach, kannst du geil hüpfen? Richtig cool. So. Ja. Ich möchte wieder raus. Ich muss da zu diesem einen Laden hin. Da habe ich noch etwas vor. Uppla. Hoffe ich das noch? Du kommst mit. Eindeutig kommst du mit. Und? Hui. Hahaha. Was ist mit diesem Spiel los? Eines ist das Witzigere. Aber natürlich ist es manchmal auch ein bisschen etwas komisch. Und ähm. Ja. Du hast es schon nervig. Aber. So, komm. In Ikea. Wir müssen alles kaputt machen. Komm schon. Komm. Komm, mach alles kaputt du da mit diesem komischen Körper. Hey, was ist mit dir los? Hallo. Kannst du? Ja genau, nimm doch ein... Okay. Okay. Was ist in diesem Spiel nicht verpackt? Wir sind im Regal drinnen. Wir sind im Regal drinnen. Wir sind im Regal. Also machen wir alles kaputt. Schön. Ich wollte heute sowieso nicht einkaufen. Ich wollte noch kaputt machen. Ich muss mal testen, ob er noch lebt. Hier auf der Schüssel. Hier auf der Schüssel. Geh auf die Schüssel. Wenn du auf die Schüssel gehst, lebst du noch. Sonst lebst du nicht mehr. What the fuck? Und das bekomme ich jetzt? Ich habe dir geholfen. Hey. Das geht mal gar nicht. Hey. Hey. Wie Frauen einfach mit Ziegen umgehen. Das geht nicht. So, jetzt komme ich. Sie ist da rumgefahren. Und blab. Ach, komm schon. Komm jetzt mal. Nein. Und da hocken sie. Bist du nicht mehr wütend? Ah, jetzt bist du aufs Klo gegangen. Ich wusste es, dass du aufs Klo bist. So. Okay, nein. Die ist broken. Ich muss sie entsorgen. Ja, eindeutig. Die ist heftigst gebrochen. Sie ist kaputt. So. Da rein. Sehr gut. Und? Macht's was? Eindeutig macht's hier Spaß. Das sieht man ja. Komm, wir müssen raus. Okay. Wir müssen raus. Hey, Dame. Geht's Ihnen doch gut? Eindeutig. Äh, ja. Wo kommen wir denn hier mit dem... Weißt du denn, wie ist der... Wie ist der reingekommen, der Lastwand? Wie? Das geht gar nicht. Wie ist der Lastwand? Dieser Anhänger... Reingekommen. Er ist viel zu klein. Also bleibst du halt hier. Es ist so unlogisch. Die Entwickler haben nichts nachgedacht. Hallo. Ähm... Ich wollte mal einschlecken. Stehen Sie jetzt auf. Kommen Sie mit. Ja, okay. Geht gar nichts mehr. Boah. Da. Endlich bist du ausgestiegen. Hallo. Ja, endlich. So. Was ist mir? Hallo. Leben Sie noch? Stehen Sie doch einmal auf. No, no, God. No. Was? Wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hallo. Woher warst du noch wütend auf mich? Und jetzt? Bist du müde? Okay. Sie ist müde geworden. Dann kommst du aber mit. So. Der nächste. Was könnten wir noch machen? Wieso? Ist doch nichts passiert. Genau. Wir bangen uns hier rein. Yay. Und hoppla. Ui. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und es macht Spass. Ja, es macht Spass. So sieht man. Gut. Oh, hier ist Gras am Fliegen. Oh, cool. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Und Sie auch. Komm. Alle mitmachen. Alle mitmachen. Ja. Es macht Spass. Ach, komm schon. Oh, hier ist etwas. Oh, ein Käppi. Pizza. Pizza Lieferant. Nicht irgendwie Pizzas jetzt spawnen. Hallo. Ich will Pizzas haben. Oh, mir geht's nicht. Oh, ich hab' keine Pizzas. Ich hab' keine Pizzas. Ich hab' nur Pizzas. Hallo. Oh, was macht der ADAC hier? Ah, komm, komm. Okay. Oh, Sanitäter geht's gut. Äh. Ja. Da sind wir halt Sanitäter. Also, alle überfallen. Ja, so ist es hier. Also, das geht noch gar nicht. Wo sind sie jetzt? Ah, da. Wir sind hier. Okay. Nochmals. Komm. Wenn's knacht, noch einen Meter. Oh. So. Da gibt's ja noch dieses Event mit den Ballerina. Die müssen mal kurz. Äh. Da vorne waren sie. Mal kurz überfahren werden. Damit's. Damit's auch bringt, etwas zu arbeiten. Äh. Ich kann auch noch nach hinten fahren. Was ist jetzt los? Was verpackt denn die ganze Zeit in meinem Spiel? Hä? Was ist mit dem Reifen? Da packt irgendwas drin. So. Einfach mal überfahren. Okay. Das ist eines der nervigsten Quests. Einfach mal nicht machen. Sonst hat man einfach mal. Ja. Etwas, was die ganze Zeit herumnervt. So. Dankeschön. Das wollte ich noch haben. Hui. Oh. Geil. Ist mir gar noch nie aufgefallen. Schöner Garten hier. So. Ich hab den Gärtner. Was machst du eigentlich mit diesem. Mit dieser Heugabel. Hä? Ja was. Ah, das ist eine Reche. Cool. Ach komm, wir driften. Wir driften wissen. Hui. Macht nicht Spass. Also macht unter sich Spass. Das sieht man. Wie kann man eigentlich schneller werden? Einfach nur mit der Welttaste. Okay. Und. Hui. Gängi. Gängi. Okay. Es hat geholfen. Hier habt ihr irgendwas von einem komischen. Sehr ne. Oh, die geile Gängi. Was? Jetzt bist du wütend auf mich? Na gehen sie zurück auf die Arbeit. An die Arbeit. Hallo? Okay. Hm. Keine Ahnung. Aber der geht's scheinbar nicht gut. Hallo? Gehen sie an die Arbeit. Und was macht ihr so? Gängs. Hallo? Muss ich hier das auswüsten? Fisch nehmen. Genau das da. Also, das ist die Fischgang. Hui. Die Fischgang hat Fische. Wunderbar. Mein Gott, ist das Spiel makaber. Gehen sie rein. Gehen sie rein. Nee. Hallo? Weg vom Sattel. What the fuck? Ist der jetzt passiert? Böse Polizisten. Böse Polizisten. Wieso sind Polizisten nicht Freunde und Helfer? Eieieie. Was sind die anderen? Hä? Ich hatte doch vier Polizisten. Jetzt sind es plötzlich nur noch zwei. Ah, das sind die Groove Street hier. Und dann sind die anderen die Ballast. Die Ballast. Okay. Was machen die mit mir? Was machen die mit mir? Wie tragen die mich? Hallo? Und jetzt? Was passiert jetzt? Oh, sie... Was können die Polizisten in diesem Game? Was können die? Nehmen sie mich mit. Nehmen sie mich mit. Und... Hallo? Nicht einfach wegwerfen. Ich kann einfach mich wieder weg... Entfessen. Okay. Was ist hier drin? Ist hier irgendwas drin? Hm. Irgendwas im Haus drin? Hier ist ein Grill. Hier kommen hoch. Oh, ist der. Ah. Ich möchte nur kurz... Nein. Ich möchte nur... Nochmal. Nochmal. Eindeutig der Falschweg. Hier hoch, hä? Geh nicht. Okay. Ich möchte nur hoch... Ich möchte nur auf dieses gottverdammte Haus. Sorry. Sollte Götter nicht verdammen. Hahaha. Aua. Götter sind immer die, die sich... Äh... An den Menschen lahmen. Ah. Ziegen haben keine Götter. Da oben ist sicher etwas. Komm schon. Ei. Glaubt ihr an Götter? Also Ziegen nicht. Ziegen haben doch keine Götter. und hui ich glaube auf das Haus will man nicht kommen schade ich wollte ja etwas schauen etwas freispielen aber hier rein kann man doch ja sicher mit einem Bock was passiert jetzt schon wieder ist doch nur ein Ausdruck ich komme einfach nicht hoch wissen wir hier oben überhaupt etwas weil das ist doch ein komisches Red First let's go kann man hier hoch kommt man auf ein Haus wo das Dach so nach vorne geht jetzt ok wow endlich geschafft ah mit der Stromleitung hätte man hier hoch können mit dem Ding kann man nicht reisen nein mit dem Ding kann man nicht reisen mit den Zappeliten Schüssen so gehen wir mal hier hoch und ja ok so was haben wir denn bei diesem Haus boah hier haben wir ja nichts oder da ich kurz schauen was hier in dem Rockner ist nix ok hier ist etwas sehr schön zuerst mal hier rein gucken oh hier ist ein Taxi cool ein Fußball mein Gott ich möchte mal den Fußball vergrößern aber jetzt hast du gerade weggepackt auch noch die ganzen Regale so mal wieder raus mit dem Auto schön ja hallo zusammen oh Gott was passiert jetzt oh alles geht kaputt ok ich muss muss die vernichten diesen Bösen oh Gott noch mal noch mal bring oh kann man nicht Fische ich habe doch irgendwie ich bin durch den Laser gefangen ich habe doch Fische oder ja Fische mit F-Taste so ha 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 die Fische regeln es geil und dort eine Puppe oder ein Ding was denn selber kann man die kaputt machen nennen sie das Gesicht neue Ausrüstung eingeschaut geil seit wann geht denn das ich wusste ich gar nicht dass so etwas geht also ich möchte hier rein was ist denn hier noch äh ok Weltherrschaft ein Schritt nach dem anderen aha ok jo eigentlich plane ich nicht das Spiel so durchzuspielen in diesem ähm lustige Video ich möchte einfach ein paar lustige Sachen entdecken ihr dürft gerne natürlich mir helfen wenn ihr das kennt oder denkt es könnte etwas lustiges sein müsst ihr das Spiel die nicht kennen unbedingt um irgendwas lustiges zu ähm erraten beziehungsweise einfach zu sagen oder ich dürfte da gerne natürlich in die Kommentare schreiben was ah das will ich nicht machen das ist Atombombe das das macht die Gegend dort ein bisschen kaputt ähm genau ähm jo gibt es irgendwas noch natter wissen auf genau wir machen in jedem am Ende noch kurz ein Ei solange wir noch das machen können ich habe ein Instinkt oder so bekommen wie wie sind die Instinkte wo sind sie überhaupt Sammlerstünke Rampen nein Minispiele Golf ah hier Instinkte mach ein Rückwärts Salto das ist einfach um diese Punkte zu bekommen diese verschiedenen Sachen und irgendwie bekommt man irgendwas also zu streicheln so können wir machen es gibt sonst nichts ah damit man einfach die Punkte hier oben bekommt verstehe ja also ich möchte dass jemand mich streichelt komm machen wir das noch kurz der ist böse das war aber nicht streicheln komm schon hallo ich will gestreicheln werden bitte seh ich nicht lecker aus komm schon streicheln und friss mich na toll jetzt haben die alle Angst ok wenn das nicht geht streichel du mich äh ich brauche die Ohren in die Richtung ok hui ach ich hab so Spass bei diesem Salto das ist so geil dass man so Salto machen kann wenn man groß ist und dann durch den Boden backt oder wenn man klein ist und durch den Boden backt ah ja da rein muss ich dann auch noch gehen ich hab irgendwas gesehen hm da waren wir schon so also in die Richtung noch kann ich mal kurz ein Auto haben bitte aber vielleicht kein Auto irgendwo beim Zoo äh ich wollte ach komm gehen wir ohne Auto gehen wir auf dem Arsch wir laufen durch die Wildnis mit dem Arsch unten und massieren und massieren den Popo immer noch in die Richtung ist ein bisschen weit weg dieses mal ist das nicht immer ne also so eine eine Linie da oben da oben so hui oh da ist irgendwas gewesen noch was ist das gewesen hä ok da ist da nur so ein bisschen geblendet hier drunter hm ok ok jetzt machen wir nochmal und schauen ob es noch ein Ei gibt ja also wir können im nächsten Bad nochmal machen äh jo äh was könnten wir geil ach komm wir nehmen nochmals diesen einen äh Wal mit den viereckigen Wal probieren mal was sie damit machen können noch so ähm ich hab schon mal getestet das geht nicht man kann es nicht grösser machen diesen Wal geht nicht mehr grösser wo ist er jetzt hä der musste doch hier sein ist er nie mehr da bei Wien Grettetal nein Polizisten sind eindeutig böse ja eindeutig böse ok der ist nicht mehr da schade das ist ein Knopf und auf deutsch muss mich tarnen eindeutig tarnen ja gut getarnt hey da darf man nicht rein raus mit dir das ist mein Revier und ab in die Scheiße äh ich hab die Nase in der Kacka hey weg da hä kommt der kommt der auch mal noch runter oder die okay oh oh okay kommst du mit ach komm komm bitte komm nein falsch ja komm mit äh das sieht ein bisschen merkwürdig aus ist das jetzt nein ich hab's verloren äh ja komm meine Dame komm mit ach komm schon mit bitte na so so geht es manchmal nicht na jetzt hoho oh geil ich glaub ich muss kurz noch ein Ding machen ein Screenshot so das sieht sieht jetzt gerade ein bisschen schlecht aus leider geht es hier nicht immer mit Afterburner Screenshot machen ähm muss man kurz testen ob das schon wie ein Foto gemacht hat ähm so wie es aussieht noch nicht wieso geht das nicht wieso ist Afterburner Foto machen so verpackt ich muss den einfach noch ein bisschen ändern so ja ist ein gutes Foto oder? ja geil ja ok haben wir schon mal ein Screenshot für das Thumbnail und wir gehen noch ein bisschen auf Reisen du 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 oh ne oh crap haha tot tot eindeutig tot eindeutig tot oh oh du lebst noch wunderbar also komm noch mal mit bitte komm noch nein komm noch mit komm mit komm komm mit ja ok meine Zunge ist noch ein bisschen lang aber ja Ben geh mir hier rein komm komm Ben das Video hier drinnen haha ja schön haha ja schön haha ich glaub die ist faul geworden haha eindeutig zu faul so ja eindeutig haha haha sorry dass es so pervers ist aber sie ist so pervers haha komm schon nehmen wir noch das mit haben wir es eingesammelt ja Safari Overhaul cool so mit diesem schwimmunterricht hier mit der dame ähm na so ähm jo und den zwei essern wenn ähnlich dieses Video dankeschön fürs zusehen ich hoffe es hat Spaß gemacht sonst ja kann ich auch nicht helfen haha tut mir leid haha es war halt nur ein bisschen witzig ich denke es war genug witzig hoffentlich ja eindeutig und sonst einfach mal in die Kommentare schreiben wie 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 schlecht das Video war haha ach ja das Spiel ist so gelungen haha ich hoffe es gibt bald einen Nachfolger ja tschüss zusammen und ja noch viel Spaß weiterhin tschüss tschüss